herzlich willkommen ja heute ist irgendwie großer tag in der 25 4 heute als allererstes vorneweg ihr seht ja unten meinen code für app toy heute könnt ihr noch mal extra fünf prozent sparen also anstatt 25 prozent spart ihr heute 30 prozent bei jedem einkauf das kombiniert sich perfekt mit dem neuen update was kommt wir gehen gleich auf die patch notes darauf einen auch noch aber als allererstes möchte ich euch einmal hier ein neues event vorstellen was kommt die pyramiden das pyramiden abenteuer ihr seht hier sind verschiedene floors in den verschiedenen floors sind verschiedene belohnungen auch diese neuen belohnungen die wir jetzt bekommen können durch das neue twilight was heute auch aufgeht was natürlich sehr sehr geil ist und ihr seht die belohnung und man kriegt immer eine belohnung zufällig glaube ich aus jedem floor so wie ich das verstanden habe und wenn man denn bis oben zur pyramide gekommen ist in jackpot bekommen hat kriegt man alle anderen belohnungen auch und dann öffnet sich auch eine nächste nächste pyramide öffnet sich dann so wenn ich das alles richtig verstanden habe also mega mega geil hört sich cool an das event ich bin mal gespannt wie man an diese ja diese schlüssel dinger hier oder stäbe kommt um halt auch diese sachen zu ziehen sehr gespannt könnte mega geiles event werden ja als nächstes gehen wir mal auf die patch notes drauf ein helden ja kann es wurde ein bisschen verändert seine angriffsreichweite wurde erhöht von fünf meter auf acht meter was ihn halt was sehr wichtig ist für ihn weil er dann nicht immer so close rangeht und sterben muss dann das war so ein bisschen das problem er ging immer very close und ja ist dadurch halt sehr 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 oft gestorben ja dann erneuer eigenes und eigenes optimierung und begrenztes event wird wird noch ein rekrutierungs event eröffnet wo wir claire titan hand bekommen können und poluno augen poluno ja auch ist sehr gut am anfang poluno ist ein absoluter fehlheber den braucht man überhaupt nicht so neues dämmerungsfahrt ereignis wird auf allen servern eröffnet das nach abschluss der story verfügbar ist während des events können spieler belohnung verdienen in denen sie täglich einloggen und das login event abschließen am ersten tag erhalten alle spieler eine besondere belohnung bin sehr gespannt über diese besondere belohnung weil die extra hervorgehoben wird bin ich gespannt was das sein wird ja dann reden wir hier über das pyramiden abenteuer event habe ich ja gerade alles eigentlich darüber gesagt brauchen wir nicht noch mal darauf eingehen dann optimierte divine prototype system ein neues evolutionsentwicklungssystem wurde zu divine prototyp hinzugefügt nach der evolution werden globale werte die auch dann wirksam werden wenn der göttliche prototyp nicht ausgerüstet ist das heißt sie werden auch passive bonus jetzt bekommen was sich für mich irgendwie ähnlich anhört wie unsere trophäen so ein bisschen nur dass jetzt halt unsere prototypen auch zu trophäen quasi werden dann ein neuer göttlicher slot erhöht die hp der rasse und neue edelstein fassungen freischalten für die evolution werden die wein prototypen merge chip und core energie benötigt ein neues edelstein einsatzsystem wurde dem göttlichen prototyp hinzugefügt jeder mythische göttliche prototyp kann bis zu sechs edelstein sockel freischalten damit edelsteineffekte im kampf wirksam werden muss der göttliche prototyp mit edelsteinen ausgerüstet sein es gibt 24 arten von edelstein die nur in die entsprechende prototypen eingesetzt werden können dominator zähigkeit erleuchtung das sage ich ja mal leute hört sich schon sehr sehr ähnlich an wie zum beispiel sockel system in so games wie diablo etc dass das funktioniert ganz ähnlich hier es würde ein permanenter beschwörungspool für das reich des göttlichen prototyps hinzugefügt also muss man da auch beschwörungen anscheinend durchhalten in dem spieler göttliche prototyp fusions chips edelstein und universale kristallspieler mittels einer göttlichen prototyp rekrutierungskarte rekrutieren können bin mal gespannt wie man an ob man genug von diesen rekrutierungskarten bekommt oder ob man da halt viel auch über ebtoid gehen sollte und ja geld sparen sollte ein neuer mythischer göttlicher prototyp wurde auch hinzugefügt der seelenkampf kompass weiß jetzt aber nicht genau aber da steht doch was er ist oder zu beginn des kampfes erhalten alle verbündeten beschwörer helden energie eine vier oder mehr beschwörer helden hast hast du die chance jede gegnerische einheit gefangen zu nehmen das ist natürlich super stark die frage ist wie lange kann man die und wie hoch ist die chance das ist natürlich sehr stark auch der seelenkompass ist in dieser woche nicht erheblich wird ihn aber in der glücksrad event am 2 mai verfügbar sein okay im glücksrad event habe ich eh nie glück also kann ich das mir abschmieren die heulen arena wurde optimiert kommt ja die neue saison auch die heulen arena wird am 29 april ihre sechste saison die widerstandssaison beginnt diese saison wird den buff ätherische rüstung enthalten alle hallen erhalten 60 prozent max hp alle echten damage und kritischen damage werden um 40 prozent reduziert der hellen arena shop wurde angepasst zu beginn der neuen saison wird der shop die limitierten trophäen der zwielichtssaison entfernen und gleichzeitig die neuen einmal siegeskrug 3 im pvp erhalten jäger tank und fort helden 6 prozent attack und hp edelkatzen stupe 4 es sind dieselben noch mal die selben effekte nur anstatt 6 prozent 8 prozent ja dann dämmungsländer das haben da bin ich habe schon ein ganzes video darüber gemacht da gehen wir jetzt auch nicht noch mal drauf ein also das hier nicht und dann ein problem wurde behoben durch das leos größe ins unendliche wuchs ist mir noch nie aufgefallen aber das war's fürs heutige video steht einiges an ich hoffe wir freuen euch auf dem patch lasst gerne daumen nach oben haut ein abo raus und wir sehen uns natürlich